Ja, seid gegrüßt. Freue mich wieder bei euch, in Weilstetten zu sein, beziehungsweise da, wo du jetzt zu Hause bist, wenn nicht in Weilstetten. Aber gemeindlich bin ich ja bei euch in Weilstetten. Ach du meine Güte, entschuldigt mal. Das ist mein Wecker, der da losging. So ein Wecker, ne? Das kennen wir alle, wenn der uns weckt. Mich hat er jetzt rausgeweckt, als ich euch begrüßt habe. Aber da lasse ich mich mal überhaupt nicht durcheinander bringen von dem Wecker. Ich möchte noch sagen, als der Volker vorhin so die Infos mitteilte, wie das hier die nächsten Sonntage bei euch abläuft, wurde mir bestätigt, Krisenzeiten sind richtig große Chancen. Ihr habt die Chance, eure Grüppchenbildungen aufzulösen. Ja, man darf ja oder sollte da nicht hinterher so zusammenglucken als normal. Und vielleicht sind das jetzt Chancen, dass man auch mehr Geschwister aus der Gemeinde kennenlernt und nicht nur sonntäglich sich sieht. Also sehen wir das Ganze positiv. Ja, hier nochmal. Wecker. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber geweckt zu werden, das ist meistens zur falschen Zeit. Also selten, dass morgens für mich der Wecker zu einem angenehmen Zeitpunkt losgeht. Ich meine, so kann man sein, wenn man durchschläft, wenn man durch den Wecker geweckt wird. Denn viele können gar nicht schlafen, bis der Wecker losgeht. Viele wachen nachts auf, werden von Schlafstörungen oder Ähnlichem geplagt. Und wenn es gut läuft, wollen wir nach den Nachtstunden, denen wir geschlafen haben, aufwachen. Und dann neu in den Tag zu starten, voller Elan. Mit Freude, was jetzt auf uns wird. Und ich weiß nicht, was dein erster Gedanke ist, wenn du morgens aufwachst. Oder ist vielleicht dein erster Gedanke dein Wecker? Ich möchte einige Beispiele nennen, die wir wecken können. Beispiele, die dann unser erster Gedanke morgens sind, die eben der Grund auch sind, die uns letztlich, oder der Grund, der uns weckt. Das kann die Angst sein. Je nachdem, was dann an dem Tag ansteht, morgens, wenn wir aufgewacht sind, was wartet, je nachdem, haben wir Angst davor. Vielleicht steht eine Prüfung an oder wir warten auf einen Bescheid von einem Arzt. Der nächste Wecker kann der Stress sein. Du wachst morgens auf und du weißt, all das, was eigentlich heute geschafft werden soll, was ich heute machen muss, womit ich auch... Am Abend fertig sein muss, das ist unter normalen Umständen eigentlich gar nicht zu schaffen. Und schon fängst du gleich morgens an zu schwitzen vor lauter Stress. Ein nächster Wecker kann die Unsicherheit sein. Wir erleben ja gerade in der Corona-Zeit viel Unsicherheit. Die Frage, werde ich die Kurzarbeit betroffen werden oder gar die Arbeitsstelle verändern? Ein nächster Wecker kann das Heimweh sein. Durch die ganzen Kontaktregeln haben gerade ältere Menschen teilweise Heimweh nach ihren Kindern und Enkelkindern. Und so schön hier auch diese mediale Technik ist, dass wir jetzt auch auf diesem Wege Gemeinde einigermaßen leben können, so schön das alles ist, aber dieses wirklich live sich in die Augen zu sehen oder denken wir an den Muttertag, sich in den Arm zu nehmen, das ist einfach nicht zu ersetzen. Und je nach Alter, in dem man sich befindet, kommt die bange Frage auf, werde ich das erleben, dass ich meine Ängsten nochmal live sehe oder sterbe ich vorher? Da soll mal genügen an Beispielen, die so Wecker sein können, die ersten Gedanken morgens. Es ist ja als Christ nicht so, dass wir über diesen Dingen schweben. Auch wir sind davon betroffen. Auch Christen erleben immer wieder Nächte, wo sie sich die ganze Nacht hin und her im Bett wälzen, weil sie innerlich grübeln und davon nicht loskommen. Auch Christen werden an manchen Tagen mit Sorgen, Gedanken gehen. Doch als Christ darf ich wissen, wer über alledem steht. Und genau der, der über alledem steht, der ist der Wecker von uns Christen. Gott. Gott weckt uns und das jeden Morgen. Und das sind nicht irgendwie Ideen, sondern das lesen wir in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und diese Verse lese ich uns jetzt vor, den ganzen Abschnitt, wo das eingebettet ist, dass Gott uns jeden Morgen will. Es sind die Verse in Jesaja 50. Jesaja 50. Und in Jesaja 50 lese ich uns jetzt die Verse 4 bis 9 vor. Kapitel 50, Abvers 4. Aber Augenblick, ich bin mir gerade unsicher, ob ich im richtigen Kapitel bin. Doch, ist richtig. Ja. Kapitel 50. Gott, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, das ließe, mit den Menschen zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten eben fressen. Das ist der Text. Er weckt mich alle Morgen neu. Wir lesen ihn von Jesaja. Und dieser Jesaja, er ist sich absolut im Klaren darüber, dass sein Gott, sein persönlicher Gott, der mit ihm durchs Leben geht, durch das praktische Leben geht, und zwar durch alle Wetterlagen. Unser persönlicher Gott geht durch alle Wetterlagen mit und er weckt ihn jeden Morgen. Das ist sich Jesaja im Klaren. Es gibt ja verschiedene Wetterlagen. Mal ist es ruhig, mal ist es sonnig, warm, dann aber auch neblig, regnerisch, winterlich, kalt, stürmisch, dann aber auch dieses Wechselhafte, ja, von jetzt auf nachher ein Wetterumschwung. So erlebe ich persönlich auch die momentanen Corona-Wochen immer wieder. Was heute ist oder sogar heute aussieht, dass es morgen laufen könnte, das ist morgen schon wieder völlig anders. Menschen, die vor der Corona-Krise mit uns vielleicht teilweise anders umgingen, anders begegnet sind, wie es alles geschieht. Und damit müssen wir auch erst mal klarkommen und mit vielem anderen. Und diesem Jesaja, der da schreit, ging es gar nicht anders. Das Volk Israel hat ja nicht davon gehalten, so zu leben, wie Gott es sich wünscht. Gott hat sogar die Konsequenzen angekündigt. Doch Jesaja, der Prophet, dieser Mitarbeiter Gottes, durch den Gott damals zu den Menschen sprach, ermunterte eben zu auf, Gott zu vertrauen, in allen Wetterlagen und Gottes Ratschlägen zu folgen. Im Moment werden ja die Ratschläge überhäuft. Ja, Corona-Zeit, was kriegst du nicht alles vermittelt an Ratschlägen? Und sicherlich sind ja da auch Gute dabei, das stelle ich ja nicht in Frage. Wenn man jetzt nur nach den Ratschlägen ginge, da kommt ja die Frage, auf welche soll ich hören? Und manche Ratschläge widersprechen sich sogar. Nehmen wir das ganze Wirrwarr um die Zahlen und Statistiken der Infiziertenzahlen und was damit zusammenhängt, da kannst du verrückt werden. Weil es wiederum auf die Methoden kommt, wie die berechnet werden und alles. Und der Höhepunkt, dass Jesaja Gott vertraute, drückt er dann so aus. Er, Gott, er weckt mich jeden Morgen. Und das ist auch mir persönlich momentan die Hilfe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht hast du abends, bevor du dich schlafen gelegt hast, dir nochmal ein aktuelles Bild der Nachrichten gemacht. Oder man hat noch eine E-Mail gelesen, die mittelbar, bevor man zu Bett gehen wollte, reinkam. Und da erfährst du Dinge, die dich innerlich einfach auf die Palme bringen oder auch noch einen Anruf spät am Abend. Du regst dich auf, weil es sowas von unsachlich zugeht. Und dann wird man als Christ am nächsten Morgen von Gott geweckt. Von ihm wirst du geweckt. Und das heißt, von was und von wem lasse ich mich jetzt füllen und vor allem leiten. Es muss ja absolut nicht verkehrt sein, wenn man direkt nach dem Abend erst mal seine WhatsApp-Nachrichten alle checkt. Doch bevor ich das tue, noch liegend im Bett, ist es eine Hilfe, sich bewusst zu machen und bewusst zu Gott sagen, Danke, Herr, dass du mich heute geweckt hast. Danke, dass es sich lohnt, heute an diesem Tag, was mich in diesem Tag alles erreichen mag, was mich auch überraschen wird. Dass es sich lohnt, Herr, dir zu vertrauen. Danke. Danke, Herr, dass du die Kontrolle nicht verlierst. Also gleich zu Tagesbeginn diese Fokussierung auf Gott, auf den, der dich und mich sieht, auf den, der doch alles weiß, wie es um uns steht, der erstens weiß, was wir an diesem Tag auch brauchen. Und Jesaja, er berichtet, wie er Gott erlebt. Gott zeigt, was er sagen soll. Wir lesen, wie erschöpften Menschen helfen soll. Und wenn man mit Menschen arbeitet, die seelische Nöte haben, Menschen, die erschöpft sind, das ist anstrengend. Das kann einen sozusagen nach Feierabend auch noch innerlich weiter aufreiben, weil ja die Nöte anderer einen nicht berührt lassen. Doch dann Jesaja, nicht das weckt mich, sondern Gott. Und im Zusammenhang von seinem Aufwachprozess spricht er öfter auch sein Ohr an. Und das ist für uns jetzt in der Corona-Krise und überhaupt auch ohne Corona die beste Medizin. Nicht morgens, jeden Tag aufs Neue, beim Aufwachen, Gott zu sagen, Herr, ich bin ganz Ohr, heute an diesem Tage möchte ich dir nicht widersprechen. Ich bin bereit, deinen Auftrag auszuführen, heute. Allerdings sollten wir dann auch dazu bereit sein. Einmal war ich bei jemandem zu Hause zu Besuch, bei einem Freund. Ich war gar nicht lange dort. Nach wenigen Minuten hatte ich ein Insel, zu einer anderen Person zu fahren, die in derselben Stadt wohnt. Mein Freund hat mich komisch angeschaut, als ich so schnell wieder ging. Als ich bei der anderen Person ankam, stellte sich heraus, sie hat wenige Minuten zuvor darum gebetet, Gott möge doch jemanden vorbeischicken, um ihr bei einer Entscheidung zu helfen. Weil das Ohr hier so angesprochen wird, es ist so entscheidend, was ist für Verantwortung. Wenn man zum Beispiel vom Typ her so gestrickt ist, dass einen zu viele Nachrichten nicht gut bekommen, dass man damit nicht klarkommt, dann veröre es. Bestimme du deinen Konsum, auch was den Inhalt angeht. Ich habe schon vor einigen Jahren ein Nachrichtenblatt abbestellt, weil für mich teilweise zu viel Spekulation und vor allem zu wenig sachlich-gründlich-recherchierte Spos weitergegeben wurden. Und wenn etwas nicht mehr Nachrichten vermittelt, sondern eher andere sogar abschießt, dann sollte man darauf hören. Weiter ein Gedanke zum Ohr. Hören wir nicht für andere. In 1. Petrus 4, Vers 17 steht, dass Gottes Gericht zuerst am Hause Gottes beginnt. Gericht steht für eine Gerichtsverhandlung am Ende der Zeit. Weiter aber auch für ein persönliches Urteil. Aber auch eine Verurteilung zu einer Strafe. Also dass jemand eine gerechte Strafe für das auferlegt bekommt, weil er das Gesetz nicht einhielt. Und jetzt steht es keinem Menschen zu, mit endgültiger Gewissheit zu beurteilen, dass Gott die Corona-Pandemie als Gericht schickt, in dem Sinne, dass wir am Ende angekommen sind. Unser Herr wird wiederkommen, überhaupt keine Frage. Er kann heute an diesem Tag kommen. Es kann aber auch noch 100 Jahre oder noch länger gehen. Denn die Bibel sagt uns, wir wissen es nicht. Der Herr allein. Und deswegen wollen wir bereit sein, wenn er kommt. Und Gericht steht eben auch für Prüfungszeiten. Prüfungen, die Läuterung bezwecken wollen. Das schöne Wort Entschlackung. Und es gibt Entschlackungskuren. Sie dienen dazu, dass wir von Schlacken oder Verunreinigungen befreit werden. Also Gott sagt durch Petrus, in 1. Petrus 4,17, dass das Gericht Gottes bei uns anfängt, bei den eigenen. Und wenn das so ist, sollten wir Christen auch nicht unsere Aufgabe im Lippenlesen sehen. Lippenleser kennen wir vielleicht von Fußballspielen. Wenn während dem Spiel ein Trainer mit seinem Co-Trainer was bespricht, um aktuell eine taktische Veränderung durchzuführen, dann reden die teilweise so miteinander. Und da gibt es Leute, die sind im Stadion, die werden dafür bezahlt, die profimäßig erkennen wollen, was haben die besprochen und das dem Trainer der gegnerischen Mannschaft dann mitteilen. Als Kind Gottes haben wir nicht in erster Linie den Auftrag bekommen, solche Lippenleser zu sein, sondern unser Auftrag ist, geht hin, in alle Welt und mache zu Jüngern. Geben wir die gute Nachricht, das Evangelium von unserem Herrn weiter. Und deswegen, bitte versteht mich nicht falsch, aber ich habe auch nicht in erster Linie den Auftrag bekommen, zu deuten, was Gott jetzt durch Corona zu den Ungläubigen zu sagen hat. Gott kann sich viel besser verständlich artikulieren als wir. Er braucht doch uns nicht als Dolmetscher. Und mir persönlich, ich bin mal so frei von Herzen, mir tut es wirklich teilweise weh, wie hochmütig manche Christen die Jüngerschar unseren Herrn repräsentieren. Es erinnert mich an die Pharisäer, so fromm, ein salbungsvoller Wortschatz, kananäisch passt alles, alles kommt so perfekt herüber. Und die Pharisäer, sie regten sich über die Sünden anderer auf und verurteilten sie, doch ihr Leben passte überhaupt nicht mit ihrem Reden überein und sie erlaubten sich Dinge im Umgang mit anderen, die allein Gott zustehen. Und so auch in der Corona-Pandemie. Wir Christen müssen doch nicht darauf aus sein, was Gott jetzt da durch den Ungläubigen sagen möchte. Oder wenn Christen ohne Corona, Christen aus unserem Freundeskreis Schweres durchmachen, zum Beispiel arbeitslos werden oder eine unheilbare Krankheit erfahren, dann zieht es mir durch den Magen, wenn ich teilweise Christen höre, die dann sagen, ja, in dem und dem Punkt muss die Person noch reifen oder das muss sie noch lernen. Wer sind wir eigentlich? Und was für eine innere Herzenshaltung bringt das zum Ausdruck? Ich sage es direkt, solche Christen denken, dass die Ungläubigen vor allen anderen die Sünder sind. Und es ist die Sünde wie beim Sündenfall, man möchte sein wie Gott. Und in diesem Vers, 1. Petrus 4, 17, steht das kleine Wort zuerst. Das Gericht Gottes beginnt zuerst an uns. Also teilt Gott uns hier mit, dass wir unter anderen Sündern die größten Sünder sind. Ich bin der Vornehmste unter den Sündern, so drückt es Paulus aus. Gott richtet die Seinen vor den Ungläubigen. In der Offenbarung kommen die Sendschreiben an die Christen vor den Gerichten, die über die Ungläubigen kommen werden. Ich habe gelesen, im Zusammenhang mit Corona steigen die Klicks von Pornoseiten. Pornofilme werden mehr angeschaut. Soviel ich weiß, haben Christen auch Internet. Wenn dich das betreffen sollte, tu Buße. Oder tun wir Buße, wenn wir unbiblische Aussagen treffen, dass früher alles besser war. In Prediger 7, Vers 10 steht, wer sagt, früher war alles besser, das entspringt nicht der Weisheit. Wenn wir denken und sagen, früher war alles besser, dann verpassen wir im Heute, was Gott vorhat, was er heute tut. Also wir sind beim Ohr und Hören. Und das ist wirklich die Hilfe in der momentanen Corona-Zeit. Du leidest vielleicht unter Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz. Als Christ kann ich zu Gott sagen, danke Gott, dass du mitbekommst, was hier falsch läuft. Danke, dass du dich um die kümmerst, die momentan ungerecht in die Pfanne gehauen werden. Danke aber auch, dass du dich derer annimmst, die andere ungerecht in die Pfanne hauen. Hören wir auf Gottes Wesen, weil er allein fehlerfrei und gerecht ist. Weiter bezeugt Jesaja, dass er Gott als den erlebt, der ihm beisteht. Da gab es welche, die ihn am Bart zerrten. Also sein Bart war länger als meine kurzen Haare. Er war bereit, Schläge auf sich zu nehmen. Er wurde beschimpft, bespuckt. Das müssen teilweise momentan Mitarbeiter in Supermärkten über sich ergehen lassen. Oder ein Polizist wurde auch angespuckt. Und dann das Bekenntnis, mein Herr steht mir bei. Mein Herr steht mir bei. Gott enttäuscht mich jetzt nicht, er ist mein Beistand. Und so erlebt Jesaja seinen Gott. Gott beweist meine Unschuld, sagt er. Er ist der gerechte Richter bei allen Beschuldigungen. Und das ist für Christen auch heute die Hilfe. Lass dich täglich von dem Gott wecken, der dir dann tagsüber immer beisteht. Bei allem Schlimmen, bei allem Widerlichen, was dir begegnet. Dann sogar, wenn andere, sogar unter Umständen von denen, von denen du es nie erwarten würdest, dir das Leben zur Hölle machen. Und deshalb können wir als Christen entspannt leben. Wir können entspannt den Tag auf uns zukommen lassen. Auch wenn wir noch nicht für jede Minute ein Rezept bereit liegen haben. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie soll ich mich da wieder rechtfertigen, was soll ich da sagen. Wie soll ich mich der Person gegenüber verhalten. Gott ist unser Beistand. Und das jetzt im Zusammenhang mit dem Wecken. Mein Eindruck aus Gesprächen in den vergangenen Wochen ist, dass aktuell viele untersorgen, leiden und von großen Sorgen teilweise geweckt werden. Und die Bibel macht deutlich, dass wir unsere Sorgen beim Herrn abladen sollen und können. Also es gibt Sorgen. Gott sagt nicht, wenn wir mit ihm leben, haben wir keine Sorgen mehr. Aber wir haben ihn, den Beistand, mitten in den Sorgen. Und so können wir jede Minute dem Herrn begegnen, das, was mich umtreibt, das, was mich früher geweckt hat, als der Wecker losgehen sollte, das, was mir Sorgen macht, ihm sagen und in Gottes Hände abgeben. Die ehrliche Aussage eines schon etwas älteren Geschäftsmanns, ein Christ, hat mich sehr berührt. Er sagte offen, dass es immer wieder Herausforderungen gab für ihn und immer wieder gibt, die ihn stark niederdrücken, geschäftliche Sorgen. Und jedes Mal, wenn er an so einem Punkt ist, merkt er, dass dieser Punkt, der ihn so unruhig macht, dass er ihn noch nicht komplett an Jesus bewusst abgegeben hat. Und immer dann, wenn er das dann gemacht hat, ganz an Jesus abgegeben hat, Herr, ich weiß, du bist mittendrin dabei, meine Sache ist dir wichtig und du bist mein Beistand, ich gebe das jetzt bewusst an dich ab. Danke, Herr, dass du dich darum kümmerst. Nicht immer war er dann gleich sofort gefühlsmäßig ruhig, aber er hatte diesen Halt im Herrn. Und da wird deutlich, dass alles Wesentliche in unserem Leben von Gott geschenkt ist. Das bedeutet aber auch, dass unser Leben uns nicht verfügbar ist. Wir leben, wir handeln und planen zwar so, dass wir über unser Leben verfügen können, doch Corona macht uns das sehr deutlich, wie schnell wir aber gar nichts mehr steuern können. Und auch die Grundlage unseres Lebens ist uns von Gott geschenkt. Auch unsere lieben Mitmenschen, sie sind uns von Gott gegeben. Wir bemühen zwar, uns am Leben zu erhalten, doch letztlich schenkt es Gott. Auch das Essen oder jetzt im Frühjahr die blühenden Blumen. Das fällt uns aber schwer, weil wir das Bedürfnis haben, uns selbst zu kontrollieren. Und das merken wir aktuell in der Corona-Pandemie, wie wir kontrollieren wollen. Deshalb fällt es uns nicht leicht, uns von Gott wecken zu lassen und Gott das Tagesgeschehen komplett zu überlassen und unbeschwert zu leben. In Krisen, wenn Menschen uns verlassen oder sonst in Problemen, reagieren wir selten in Dankbarkeit für das, was wir bisher hatten. Sondern wir landen sofort in Sorgen, in Panik und wir unternehmen alles, um weiterhin kontrollieren zu können. Wenn Gott mich weckt, dann heißt das auch, dass er die Zeit in der Hand hat. Wir können unser Leben nicht um eine Minute verlängern. Deshalb bin ich selbst am Lernen, durch den Tag zu gehen, an dem eh Gott mich weckte, und mich möglichst nicht an Sorgen aufzureiben. Zumal es bringt ja sowieso nichts. Im Gegenteil, wenn ich mich an Sorgen aufreibe, dann raubt das Kräfte, die ich für anderes brauche. Auf Dauer kommt sogar Frust dazu, man wird müde. Es dient für alles Mögliche, nur nicht für Nutzen. Und vor allem nimmt es mir auch die Frische und den Elan, um Herausforderungen anzupacken. Doch das ist uns nicht in die Wiege gelegt, weil wir gerne die Macher sind. Wir verfügen gerne. Wir verfügen gerne über unser Leben, auch über unsere Freizeit. Wir merken in der Krise, dass wir gar nicht gerne ausgeliefert sind. Und deshalb nehmen wir unser Leben jeden Tag gleich beim Aufwachen als Geschenk von Gott an. Dann sind wir die Beschenkten. So wirst du jeden Tag beschenkt. Ist doch was für Schwaben, oder? Und was uns letztlich trägt, das ist unsere Beziehung. Und Beziehung, darum geht es bei dem Wecker Gott. Mit ihm lebe ich in Beziehung. Da ist jemand, der ist bei mir. Er schaut auf mich, er sorgt sich um mich. Und das erleben wir doch sogar auch in menschlichen Beziehungen. Gut, ich gehe jetzt von einem intakten Elternhaus aus. Ich hatte es sehr gut in meiner Kindheit. Da waren Menschen, meine Eltern und auch meine zwei Geschwister, auch wenn sie älter sind als ich, aber sie liebten mich. Sie sorgten für mich. Lass dich morgens von Gott wecken. Er ist da, für dich ist er da. Er liebt dich, er sieht dich und ist für dich da. Und er hat dich und mich geschaffen und er will uns erhalten, aber vor allem möchte er uns erlösen. Und in seiner Liebe möchte er uns retten. Lösen von Satan, von dem Bösen, von allen negativen Dingen, unter denen wir vielleicht schon gleich beim Aufwachen leiden. Er möchte mich lösen, befreien von meinen Krücken, mit denen ich erfolgslos in den täglichen Sorgen fertig werden möchte. Schau doch Milliardäre an, auch die müssen sterben. Und du kannst dich sorgen, wie du willst, kontrollieren, wie du willst. Letztlich sind diese Dinge alles ein Schrei nach der Beziehung mit Gott, nach der Beziehung mit dem, der über unser Leben göttlich und somit perfekt verfügt. Und wenn wir mit unseren Methoden Erfolg hätten, dann kämen doch am nächsten Morgen die Sorge nicht gleich wieder. Bitte versteht mich jetzt ja nicht falsch. Es ist zum Beispiel gut, wenn du um deine Fitness besorgt bist und deshalb laufen gehst. Doch wenn wir Laufen mit einer falschen Technik angehen, dann haben wir nicht in erster Linien genutzt davon. Und wenn du jetzt vielleicht merkst, dass du so mit Gott noch nicht dicke bist, noch nicht so in dieser persönlichen Beziehung mit Gott lebst. Oder wenn du merkst, deine Beziehung mit Gott, die ist irgendwo brüchig, irgendwas klemmt da gerade. Dass du irgendwo merkst, Mensch, ich würde mich so gern jeden Morgen von Gott wecken lassen. Aber im Moment geschieht das nicht. Wenn du merkst, wie schön wäre es, meinen Tag von ihm lenken zu lassen. Mein Tagesprogramm ganz ihm zu überlassen. Dann lade ich dich einfach ein, deine Beziehung mit Gott festzumachen. Dass wir zu Gott kommen. Vor fast einem Monat, am 8. April, hatten meine Frau und ich unseren 20. Hochzeitstag. Das war der Vorteil von Corona. Wir konnten ihn zu Hause feiern. Ich wäre sonst auf einer zwölftägigen Freizeit für die Bibelarbeiten gewesen. Also haben wir den Tag seit Jahren mal wieder in Ruhe verbracht. Unsere Ehe brauchte auch einen Beginn. Meine Frau hätte vor unserer Hochzeit 200 Mal zu mir sagen können, dass sie mich liebt. Aber dadurch wären wir bis heute nicht verheiratet. Wir mussten einmal auf das Standesamt gehen. Dort wird die Ehe geschlossen. Die kirchliche oder gemeindliche Trauung machen Christen, um den Segen und den Schutz Gottes zu erbeten. Und das Tolle ist, unsere Heirat ist bis heute gültig. Wir müssen nicht jedes Jahr jährlich auf das Standesamt gehen und das wieder aktualisieren. Und deswegen lade ich ein in die Beziehung mit Gott. Und das hält heute, morgen und über den Tod hinaus in alle Zukunft. Du kannst dich gerne melden. Ich habe eine Homepage. Über Google erfährst du die. Da ist unten drauf eine Kontakt-E-Mail-Adresse. Gerne erkläre ich, wie das geht, in die Beziehung mit Gott zu kommen oder wenn sonst Fragen da sind. Jetzt möchte ich noch kurz auf etwas hinweisen. Am nächsten Freitag, da kommt jetzt der Flyer, wird eingeblendet. Am nächsten Freitag um 19.30 Uhr bin ich zu einer evangelistischen Livestream-Veranstaltung in Holzgerlingen eingeladen. Und anstatt Flyer weiterzugeben, könnt ihr auch auf meiner Homepage, findet man diesen Einladeflyer oder diesen Link dazu, ja, nutzt eure Medienkanäle, WhatsApp-Kontakte, E-Mails, um Menschen einzuladen, für die das interessant sein könnte. Das soll ein Gott der Liebe sein. Euch wünsche ich weiterhin des Herrn Segen. Und denkt dran, auch nächsten Sonntag, wenn ihr unter nicht so leichten Bedingungen euch wieder hier trefft, auch nächsten Sonntag werdet ihr von Gott geweckt werden. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Vater im Himmel, du allmächtiger, heiliger, allwissender Gott, ich danke dir von Herzen, dass du es bist, der uns weckt, wenn wir mit dir leben. Danke, dass wir jeden Morgen, Herr, von dir geweckt werden. Herr, du siehst aber auch, dass wir als die Deinen es nicht immer so leicht umzusetzen schaffen, wie wir gerne würden, so entspannt durch den Tag zu gehen. Herr, danke, dass du Geduld mit uns hast, dass wir weiter uns üben dürfen, Dinge dir ganz bewusst auch abzugeben. Herr, und so bete ich auch für meine Mitchristen hier aus der Weilstädter Gemeinde, Herr, dass sie es täglich auch erfahren, dass sie von dir geweckt werden. Und dass du es bist, Herr, der unser Tages- und Lebensprogramm in der Hand hat. Wir geben dir alle Ehre. Amen.